Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mir drei Minuten zuzuhören. Ich habe für Sie drei wirklich gute Nachrichten. Mein Name ist Andreas Schiener, ich bin Geschäftsführer des Ingenieurbüros EU-Projekt GmbH aus Eisenberg. Wir sind seit 2006 auf die reglungstechnische Nachrüstung von Heizkesselanlagen im Bestand spezialisiert und damit sind wir bei der ersten guten Nachricht. Obwohl Sie wahrscheinlich schon alles Mögliche unternommen haben, um Ihre Energiekosten zu senken, können Sie durch eine unkomplizierte Nachrüstung mit dieser Zusatzregelung, ein Zusatzregelungsmodul, das Ihre bestehende Hauptregelung nicht ersetzt, sondern ergänzt, extrem kostengünstig und mit einer sehr kurzen Amortisationszeit Ihre Heizkosten nochmal um 8 bis 12 Prozent senken. Die zweite gute Nachricht ist, diese wirklich gering investive Maßnahme, die sich schon von sich aus in ein bis anderthalb Jahren amortisiert, wird durch einen Zuschuss der BAFA gefördert. Diese Förderung ist völlig unkompliziert. Es ist eine ganz einfache Registrierung erforderlich über das Internet. Dann kann man mit der Maßnahme sofort beginnen und hat aber auch sechs Monate Zeit, um die Maßnahme abzuschließen. Diese Förderung wurde verlängert. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, wirklich zu handeln und sich mit uns schlicht und einfach in Verbindung zu setzen. Die dritte gute Nachricht ist, wir haben gesagt, wir wollen nochmal einen Bonus obendrauf setzen. Das heißt, von uns kommt nochmal ein Rabatt. Damit kommen wir unter eine Amortisationszeit von einem Jahr. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Es gibt Telefon, es gibt Internet, es gibt Zoom. Der Vorgang ist ein ganz einfacher. Wir schicken Ihnen ein ganz kleines Standortcheckformular, wo wir im Prinzip nur zwei, drei Angaben benötigen. Welche Anlage ist es? Buderos, Fiesmann oder oder oder. Welches Baujahr? Welche Größe? Eine Jahresabrechnung, damit wir wissen, wie groß sind die momentanen Kosten. Daraus können wir dann Ihnen ein Angebot machen mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und in diesem Angebot legen wir uns auch fest, welches Einsparziel wir erreichen. Wenn Sie dann sagen, ja, das wollen wir machen, dann bauen wir ein und Sie kaufen die Katze nicht im Sack, denn wir verbinden das mit einem normierten Test, indem wir das Einsparpotenzial in der Größenordnung plus minus zehn Prozent nachweisen können. Also wenn wir im Test sehen, zehn Prozent Einsparpotenzial, dann ist das in der Praxis irgendwas zwischen neun und elf Prozent. Ganz einfach. Sollten wir dieses Einsparziel dann im Test nicht nachweisen können, dann bauen wir wieder aus ohne Wenn und Aber, nichts Kleingedrucktes, dann entstehen für Sie keine Kosten, auch nicht für den Einbau, Ausbau für den Test. Aber in aller Regel, meistens zu 100 Prozent, können wir dieses Einsparpotenzial auch sicher nachweisen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens Vorteile für die Umwelt, zweitens Vorteile für Ihr Budget und wir bitten Sie ganz herzlich, sehen Sie, jetzt springt die Heizanlage an, deshalb komme ich auch zum Schluss. Wir bitten Sie ganz herzlich, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir wollen mit Ihnen zusammenarbeiten, so wie wir das übrigens schon mit 3000 Kunden deutschlandweit in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören.